Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, sehr gute Qualität, schneidet das Gras scharf ab. Nutzt nicht schnell ab, daher muss nicht so häufig der Faden gewechselt werden. Es ist unbedingt weiter zu empfehlen. Mähfaden gedreht 3 mm x 60 Meter. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.